Es wird mal wieder Zeit für ein Update-Video von Zallo Automobile. Was ist hier los? Was ist die letzten Wochen und Monate abgegangen? Das letzte Mal, dass ich euch hier ein bisschen auf dem Laufenden gehalten habe, ist tatsächlich schon wieder ein wenig her. Ja, wo fangen wir an? Ich wurde ja da ein bisschen aufs Korn genommen mit den ganzen Pleite-Videos etc. Aber aller Anfang ist schwer und somit war auch unser Anfang hier in der neuen Halle schwer. Ich habe mich da so ein bisschen zurückversetzt, gefühlt zu der Zeit, wo ich damals auf dem Kiesplatz angefangen habe. Und dann stand ich da am Kiesplatz, da waren vier bis fünf Autos und ich dachte mir, Zallo, was hast du hier gemacht? Wie willst du den Kiesplatz vollstellen? Von welchem Geld und wie willst du das alles schaffen? Aber ich habe Vollgas gegeben, ich habe mich durchgebissen und irgendwann war der Kiesplatz sowas von voll und nicht mehr up-to-date für unsere Fahrzeuge, die wir jetzt hier mittlerweile haben. Und dann standen wir hier in der Halle und das Gleiche ist mir wirklich in der Halle hier passiert. Da standen ja auch drei, vier, fünf, sechs Fahrzeuge und ich dachte mir, hast du dich da ein bisschen übernommen? Zallo, war das ein bisschen zu viel des Guten? Aber ich muss sagen, wir haben uns da durchgebissen. Ihr wisst ja, ich drehen bis hier irgendwie jeden Cent, den ich mache, hier in den Handel, um geile Fahrzeuge zu kaufen, auf gut Deutsch gesagt, muss man einfach so sagen. Aber ich habe wirklich gedacht, dass so Projektautos wie zum Beispiel der Chirocco R, da habe ich mir einfach wirklich ein bisschen mehr von versprochen, dass die ein bisschen besser angenommen werden, sage ich mal hier. Ja, bei der Community würde ich schon sagen, weil es ist ja wirklich eigentlich ein richtig geiles Teil, ist flach auf der Erde, hat ein H&R Deep Fahrwerk drin, Auspuff, Motor, alles gemacht, ein Motor, 18.000, lest ihr euch die Beschreibung durch, jedes Fahrzeug ist natürlich inseriert. 18.000 Euro sind hier in diesen Chirocco R geflossen vom Vorbesitzer, er hat sich da wirklich nicht lumpen lassen, nur deswegen habe ich das Fahrzeug ja auch gekauft. Knapp 400 PS das Ding, liegt daran, dass vielleicht der Motorumbau nicht eingetragen ist, beziehungsweise die Leistung. Eigentlich bin ich sowas immer gut fit geworden. Aber kommen wir zuerst mal anstatt zu den Stehern, da kümmern wir uns gleich nochmal drum, kommen wir erstmal zu den verkauften Fahrzeugen. Dacia Duster, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, habe ich angekauft, schon überteuert, aber ich dachte mir, wo findest du einen Dacia Duster mit 32.000 Kilometer, einen Diesel? Da dachte ich mir, wo findest du so ein Fahrzeug, ja? Damit kannst du eigentlich als Händler nichts falsch machen, dass da irgendwie Probleme auftreten, Gewährleistungsfall oder sonst irgendwas, ist eigentlich sehr unrealistisch. Dennoch hatte ich kaum Anfrage auf das Auto, wer hätte es gedacht, hat ihn dann schon einmal reduziert und wie es dann so war, hatte meine Mutter, meine geliebte Mutter ihren 60.000 und da war mein Onkel auch da. Und er sagte, du hast ja Händler, bist ja jetzt, ich suche eigentlich ein Auto, du hast ja ein Duster da, hatte mein Onkel, mein anderer Onkel ihm geschickt. Ja, lange Rede, gar kein Sinn, da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, du hast ja schon mal so ein Duster, wenn du Bock auf das Teil hast, gib mir glatten 10er und dann ist gut, dann habe ich da nicht, ich habe echt viel bezahlt für das Auto, dann habe ich da kaum was dran verdient. Aber aus den Augen, aus dem Sinn, Onkel freut sich, hat jetzt ein Auto, klar, was ein bisschen älter ist, aber mit 30.000 Kilometer, das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, da war der Duster erstmal weg, dann hatten wir den BMW E46 330 D Club Sport und da hatten wir ja gesagt, entweder geht er zum vernünftigen Preis weg und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann bleibt er uns erhalten. Der ist jetzt an einen sehr glücklichen Besitzer weitergegangen, haben uns doch tatsächlich getrennt und zwar für 9,5. Das war so ein Preis, wo ich gesagt habe, komm, das können wir machen. Er ist jetzt wirklich glücklich damit, er hat schon die Club Sport Enken, hat er ja dazu bekommen, die hat er lackieren lassen, an die Frontstuhlstange drangebaut und schmackofazzo. Der hat das Ding sauber gemacht, der sieht echt aus wie geleckt und er hat anscheinend auch sehr, sehr viel Spaß damit. Was haben wir noch verkauft? Golf 3 VR6 Turbo, den vom Gockel, den haben wir auch verkauft, hat unsere Halle verlassen und das ist ja eigentlich auch so ein Projektfahrzeug, wo ich mir gedacht habe, der Motorumbau ist vom Gockel, da kannst du nicht viel mit falsch machen. Das Ding lief, kam auch ein netter junger Mann im Main, tatsächlich genau gleich alt wie ich und hatte einfach Bock auf eine Spaßbüchse. Ein bisschen im Sommer, ein bisschen Cabrio, ihr müsst überlegen, das Fahrzeug stand jetzt monatelang bei mir und jetzt habe ich ihn verkauft. Klar, die Saison fängt an und dann ging das Fahrzeug jetzt, aber wir hatten uns auch geeinigt auf einen Preis tatsächlich, bevor er in Probe gefahren ist, das Ding stand hier, lief nur. Dann hat er gesagt, weißt du was, für den und den Kurs würde ich hier mitnehmen und ich habe gesagt, weißt du was, wir sprechen die gleiche Sprache, das ist mir wichtig, weil der kommt nicht wieder. Wenn da was dran ist, der weiß, was er kauft und das ist mir wichtig. Ich möchte, dass wir eine Sprache sprechen hier beim Ankauf und Verkauf und ihr wisst ja, wie ich das sehe. Ich kaufe die Fahrzeuge bestmöglich mit dem besten Gewissen an, ich gucke, dass alles funktioniert, dass alles tippitoppi ist. Wenn nicht, falls irgendwelche Mängel sind, kommuniziere ich die, bevor ich irgendwas Positives aufzähle meistens, zähle ich die negativen Sachen auf und sage die dem Interessenten, der kommt. Entweder vorher beim Telefon oder hier vor Ort, Angesicht zu Angesicht. Das ist mir immer sehr wichtig und das kommt auch immer sehr gut an und dann wissen die Leute einfach, was sie kaufen und dann verzichten die auch irgendwie auf Garantie oder sonst was. Ich komme dann eine schmale Mark vom Preis runter, die verzichten auf Garantie oder sonst irgendwas, irgendwelche Ansprüche und dann ist gut. Ja und so war das auch mit dem netten jungen Mann und dann habe ich ihm von mir aus alleine gesagt, ey, bevor wir uns jetzt irgendwie hier irgendwas festmachen, fahr das Ding erstmal Probe. Überzeug dich von dem Auto, ich möchte nicht, dass du so nach Hause fährst, dass du ein Auto zugesagt hast, ohne dass du das Probe gefahren bist und so hast dann einfach ein besseres Feeling. Ja und das haben wir dann auch gemacht, wir haben beide so das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, VR6 Turbo im Golf 3 Cabrio, du hast es die ganze Zeit nur zischen gehört. Abgehen tut das Ding auch noch, es hat einfach Spaß gemacht. Ja und dann war der Deal auch durch. Zu guter Letzt, jetzt vor kurzem haben wir noch den Citroën C1 verkauft, da müssen wir noch TÜV machen, Ölwechsel machen, das haben wir versprochen und da haben wir eine Entzahlungnahme gehabt und zwar ein Opel Astra J OPC. Wollt ihr zu dem Opel Astra J OPC vielleicht irgendwas wissen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht können wir da irgendwas realisieren, vielleicht wie wir so ein Ding nochmal schick machen für den Verkauf. Wie gesagt, Citroën C1G, dafür kommt Opel Astra J OPC. Dann der gute Renault Megane RS ist auch endlich verkauft, der stand sich auch hier monatelang, war der hier inseriert, eigentlich ein ganz schickes Ding. Motec Felgen eingetragen mit einem H&R Federsatz, genau so war das. Semislix vorne und hinten hat eine komplette Miltek Abgasanlage ab Turbo, ist schon so ein bisschen umgebaut hier, wie man sehen kann. CAE Schiff, der kostet knapp auch über 1000 Euro, dann haben wir hier die Ricaros Sportster Sitze drin, also ein fast fertiges Ringtool, stand aber sehr sehr lange. Bis jetzt einer gesagt hat aus Rumänien, haben wir auch per WhatsApp kommuniziert, haben uns auch einen Preis geeinigt. Ich muss TÜV machen, überlegt euch mal, das Fahrzeug hat gerade keinen TÜV, geht eigentlich in den Export nach Rumänien. Aber um Zollkennzeichen zu machen, damit der Kunde mit dem Fahrzeug auf Zollkennzeichen das Land verlassen darf, muss ich frischen TÜV machen. Das muss man sich mal vorstellen. Dann hat das Fahrzeug zwei Jahre frischen TÜV, damit es in den Export geht am nächsten Tag. Aber das ist halt Deutschland. Frischer TÜV, brauche ich euch nicht erklären, 130, 140 Euro. Zollkennzeichen, alles drum und dran, kosten 280 Euro, habe ich jetzt auch mal wieder 420 Euro. Nur für Zollkennzeichen, für die Überführung des Kunden bezahlt. Das darf man keinem erzählen, oder? Naja, aber weg ist weg. Ja, kommen wir wieder ein bisschen zu den Stehern. Seat Leon Cupra, fragt mich nicht. Tolles Auto, tiefer, Ultra Wheels eingetragen. Maxton komplett, Schweller, Diffusor, Frontlippe, alles super Ausstattung, komplett check-if gepflegt. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Infos braucht, liest euch nochmal gerne in die Beschreibung des Fahrzeugs rein. Steht sich auch die Räder im Bauch. Habe ich eine Finanzierungsanfrage, mal gucken, was daraus wird. Audi S3 hat mal das Video gemacht. Komisch, verstehe ich auch nicht. Wirklich ein Dampfhammer mit Schalensitze. Passiert irgendwie nichts. Dann haben wir hier einen Neuankümmling. Das ist ein 1,16 D. Ja, unter 100.000 Kilometer. Den habe ich einfach mal mitgenommen. Fünftürer, da kann man nichts falsch machen. Hat ein bisschen Ausstattung, was die Frau zum Beispiel braucht. Sitzheizung, Navigation, Sechsgang. Ist ein schickes Ding. Konnte man einfach mitnehmen für den Handel. So, dann haben wir noch einen Steher. Ja, was soll ich euch sagen. Das hier war wahrscheinlich so ein klassischer Fehlkauf wieder von mir. Den hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Den lag Golf 6R Allrad auf Luftfahrwerk. Air Lift Performance ist drin. Mit einer 3P-Steuerung oder wie das heißt. Das heißt, der kann sich eigentlich automatisch regulieren. Nur vorne rechts, der Sensor ist defekt. Deswegen weiß er nicht, wo er steht und sackt sich ab. Ist auch eine edel 0.1 Downpipe drunter und eine Abgasanlage. Das Lenkrad wurde umgebaut. Ist vom 7er, vom 7er, wie man unschwer erkennen kann. DSG Allrad hat bei 150.000 Kilometer einen neuen Motor bekommen von VW. Ist in der Historie hinterlegt. 175.000 Karosserie-technischen Kilometern liegt. Bis jetzt wollte noch keiner mitnehmen. Das ist, ja, das war wahrscheinlich, das hätte ich mir sparen können. Bin ich euch ganz ehrlich, weil der steht einfach zu lange. Da habe ich auch wieder zu teuer angekauft. Das lohnt sich einfach nicht. Kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Guckt euch mal an, wie ich den Lachs hier hingestellt habe. Wenn ihr euch die Inseratsbilder anschaut, seht ihr vielleicht noch die Bilder, die ich geschossen habe. Mit den alten Felgen. Mit 19 Zoll. Und nicht tiefer gelegt. Hier sind jetzt Tieferlegungsfedern drin. Und schaut mal, der steht jetzt nicht unbedingt krass tief, würde ich sagen. Gerade hinten hat man trotzdem noch Platz. Und dann könnt ihr euch ja mal ein Bild machen, wie der vorher ausgesehen haben muss. Also das ging gar nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, schmeiße die RS6-Räder da drauf. 21 Zoll. Das sieht jetzt sehr, sehr schnittig aus. Muss ich nur noch neue Bilder machen. Das war so eine Methode von mir, um zu testen, ob der so besser weg geht. Denn er hat sich nicht richtig abgehoben. Du wirst wirklich totgeworfen mit so Audi A6. In diesem Preissegment von 30.000 bis 35.000 Euro. Bis 100.000 Kilometer. Ist ja ein Diesel-Hybrid. Hat jetzt auch nicht eine krasse Ausstattung. Deswegen habe ich mir gedacht, probiert mal so. Vielleicht kriegst du ihn dann durch die Optik verkauft. Das ist jetzt nochmal so ein Test. Ja, dann haben wir uns hier nochmal für eine Knallbüchse entschieden. Haben wir einfach im Paket mitgenommen. Genauso wie den Renault Captur und den C1. Der C1 ist ja schon weg. Übrig geblieben sind nur dieser Renault Captur und der BMW M135i. Warum habe ich den mitgenommen? Denn er sieht einfach, kann man nicht anders sagen, er sieht cool aus. Er hat einen ST-Gewindefahrweg drin. Er ist ja eine Tochterfirma von der KW. Genauso wie Z-Performance-Felgen sind schon drauf. Dann haben wir eine Klappenabgasanlage gesteuert. Wir haben eine M3-Style Motorhaube hier verbaut. Klar, es hat alles ein bisschen Spielerei, aber es ist einfach ein sportlich ansehnliches Fahrzeug. Schwarzes Dach foliert. Ist ein Schalter. Ambiente Beleuchtung ist nachgerüstet. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Hat zwar ein bisschen was gelaufen, der Gute, aber dafür ist er. Mit der Optik ist er der günstigste M135i in ganz Deutschland. Optisch kommt da keiner dran. Und Motorgetriebe läuft einwandfrei. Kupplung ist neu. Deswegen hatte ich den einfach mal mitgenommen. Renault Captur ist ein Diesel. Und da wollte ich euch eine ganz coole Sache zeigen. Den habe ich angekauft. Der musste komplett aufbereitet werden. Innen, außen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann hatte ich den innen schon fast komplett aufbereiten lassen. Und dann hatte ich mir die Sitze angeguckt. Und die gingen gar nicht. Die waren überhaupt nicht sauber. Die sahen nicht so aus, wie sie jetzt aussehen. Ich kann euch gleich mal... Da hat sich Renault schon was Cooles einfallen lassen. Wie man jetzt sehen kann. Die sehen frisch aus. Hier, das ist so ein bisschen... Hat sich die Naht einfach ein bisschen gelöst vom Stoff. Aber es geht hier drum. Guckt euch das mal an, Freunde. Hier, wir haben hier Reißverschluss. Ich zoome mal ein bisschen ran. Wir haben hier wirklich einen Reißverschluss an den Polster. Das heißt, du kannst hier einfach die Polster abziehen. Ich habe den ohne Polster aufbereiten lassen hier. Hier oben ist so ein Klettverschluss. Dann habe ich das einmal alles aufbereiten lassen hier. Die ganzen Sitze. Und die Polster habe ich wirklich bei mir handelsüblich zu Hause in die Waschmaschine geworfen. Ist super sauber geworden. Ja, und dann nimmst du die Polster einfach wieder mit. Machst den Reißverschluss hier dran. Zack. Ziehst das hier runter. Und dann hast du eine komplett frische Innenausstattung. Also da hat sich Renault wirklich mal was Geiles einfallen lassen. Muss man wirklich sagen, die Franzosen. Besser sauber als eine Waschmaschine. Kriegst du nicht. Keine Chance. Ja, und zu welchem Entschluss kommen wir jetzt hier im Autohandel? Ihr merkt, dass auch wenn die Fahrzeuge ein bisschen stehen. Die meisten stehen jetzt hier schon ein paar Monate. Dass sie nicht schnell wieder an Händler verkauft worden sind. Sondern ich wirklich so lange ausharre, bis die Fahrzeuge ihren passenden neuen Besitzer finden. Denn damals bin ich ja manchmal ein bisschen nervös geworden, wo ich gesagt habe, so Notverkauf. Jetzt muss alles raus. Wir haben zu viel Minus. Wir müssen wieder Geld in die Projektfahrzeuge etc. investieren. Dann habe ich schnell mal ein Paketverkauf gemacht an den E-Mail zum Beispiel. Und jetzt seht ihr die Fahrzeuge stehen. Das heißt, wir haben uns stabilisiert. Und wir können die Kosten tragen. Und auch so lange warten, wenn vielleicht mal eine Flaute ist. Oder ähnliches. Und darauf bin ich einfach stolz. Also ihr seht momentan, ich bin echt glücklich. Es läuft soweit alles ganz gut. Und ich freue mich natürlich auch weiterhin Fahrzeuge aus der Community anzukaufen. Das heißt, Kilometer maximal so bis 120.000 Kilometer bitte. Am besten wäre eine saubere Historie. Wie es immer. Es ist halt leider so. Immer am besten Check-Heft gepflegt. Ja, einfach saubere Fahrzeuge. Ob es sportlich ist oder ob es Kleinwagen sind. Dürft ihr mir natürlich gerne anbieten per WhatsApp, wenn ihr darauf Lust habt. Ich habe hier einige Fahrzeuge angekauft aus der Community. Und ihr wisst ja, beim Zalo ist immer eine schnelle Nummer. Und das wird dankend von euch angenommen. Genauso dankend nehme ich das jetzt an, dass ich euch wahrscheinlich dieses Video bis zum Schluss angeschaut habe. Bleibt sauber, Freunde. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.